Also würde ich die Straßenniveau am wenigsten mit verdient werden kann. Die Bibliothek kann ich, warte. Auf die blaue. Auf die blaue. Ja, nee, äh, mit der Tastdekombination, das blick ich gerade noch nicht durch. Äh, das kann ich dir nicht sagen, bei mir steht das nicht. Bei mir auch nicht. Äh, mit, mit Kontroll. Steht doch da, das Haus mit dem Schloss. Sie haben getan, was getan werden muss. Ich hätte die Karte auch verkaufen können, eigentlich. Die eine blaue an einen von euch. Ja. Naja, mach mal nächste Runde. Schusswürfel. Sie sollten bauen. Oh, nee. Ja, bau mal. Ja, genau, bau mal. Komm, kostet nur 200 Schnäppchen. Wo seid ihr denn da hinten noch? Lohnt sich nicht. Meinst du, es kommt vielleicht nochmal Geld rein zwischendrin? Sehen wir, was die Zukunft bringt. Eih, ich... Wenn ich Glück habe, komme ich jetzt über los und lande nirgendwo anders. Erst mal richtig Geld von dir. Ja, komm, die zwölf kannst du haben. Das sind zwölf. Und? Habe ich schon 90. Ach so. Ah, sieh das mal wieder. Ach, ich dachte jetzt schon. Jetzt kommt doch nicht drei oder so, oder vier. Das wäre jetzt bitter gewesen. Rücke vor, bist du auf Schloss Alley. Das wäre auch bitter. Zum Südbahnhof. Yay! Wie gewonnen, es wurde zerrottet. Ja. Danke, dass du für mich über losgegangen bist. Finde ich sehr bad. Wer will denn die blaue Straße von euch, die ich habe? Ich nicht. Johannes, du? Ja, komm, mach mal. Nur gut. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Ah, die kann ich glaube ich gar nicht handeln mit dir. Doch, kannst du. Mehr kann ich dir nicht bieten. Ich darf nicht mehr. Mehr kann ich dir wirklich nicht geben. Kannst du die haben. Ja, du musst schon, äh, musst du auch irgendwas von dem verlangen, oder wirst du dem die schenken? Ach so, ich muss von ihm auch was verlangen. Ja. Ja, hallo. Mach mal ganz ruhig. Äh. Was denn du noch Schönes? Und ich... Legg noch fünf drauf. Super. Ach komm, mach's jetzt. Dankeschön. Die Botheken und Köln sind zu. Sie sind am Zug. Ich sag, alle da hinten sind schon dabei. Mhm. Wir hatten uns von dem Bunsenviertel erfährt, deswegen. Oh, direkt auf die. Das Zugticket habe ich leider nicht mehr, um da hinzugehen. Das Zugticket ist zu teuer. Das Zugticket ist zu teuer. Zuggesellschaft, die erzockt einen ab. Ich kann da nicht mal mehr ein Haus bauen. Du bist da vorne und du bist da hinten. Wurzeln doch nicht, kein Arten auszubauen. Los, würfeln sie. Lüpp. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Wir können jetzt halt nochmal bauen. Wie lautet ihr Angebot? Kannst du knicken. Mach ich nicht. Warum denn? Mach ich nicht. Hey, ich hab doch noch gar kein Angebot vorgeschlagen. Ja, was gibst du mir denn? Was willst du mir denn geben? Bitte, dann hab ich. Ja, was willst du mir denn geben? Hast du ja nichts. Das Kraftwerk hast du ja weggegeben. Geld? Der Zug beginnt jetzt. Geld brauche ich nicht. Oh, hörst du dir an. Voller Neureich. Geld ist immer bewertet. Das Einzige, was ich mir hätte handeln können, das hast du gerade in Christ gegeben. Sie müssen den Spieler bezahlen. Ja, komm, wir zahlen 28. Das hab ich noch. Bitteschön. Vier Grünen. Haha, geil. Elli, willst du haben? Meine andere Karte dazu? Ich nehme mich gerne. Was willst du von mir haben? Da gibt es auch ein Angebot. Was hast du, du Schönes? Nee, Schlussallee nicht. Die kannst du gerne von mir haben. Ach, die kann er jetzt auf einmal haben. Bei mir lädst du es direkt ab. Du hast ja keiniges im Handeln gehabt und Geld kann nicht mit mir nicht handeln. Aber wenn, würde ich dann noch ein bisschen Geld dafür haben wollen. Weil das Wasserkraftwerk ist teurer. Ja, was willst du denn haben noch? Ja, können wir mal Plus, Minus, Null machen? Okay, bin ich mit einverstanden. Noch ein 50er drauflegen? Ja. Nur Geld musst du klauen, Geld muss ich. Nee, Geld kannst du machen auch. Oder sag mal 51. Ja, komm, mach 51. Was möchten Sie handeln? So, jetzt brauchst du die blaue Straße von mir, Johannes. So einfach kriegst du dir nicht. Wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht so einfach mit dem Handeln. Ja, was willst du jetzt auf den Abend? 300er oder was? Nö, nö, ich lass mir dann so schön, lass mir was einfallen. Mhm. Ich bin mal zu Besuch, nur. So. Das schreit doch, glaube, nach dem Straßendruck. Mhm. Boah. Ach, die 48 nehme ich auch mal wieder gerne. Sag ich nicht, nein dazu. Spielen wir. Das geht auch noch. Ach, schade. 50 nehme ich auch noch mit. Man läuft. Ich kann halt wieder mal einen ausbauen. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ach, oder? Sonst kam es zu mir. Nee, eins hinter mich. Hallo. Was hat mir das vor? Los, würfeln Sie. Los, ich bewege mich mit Riesenschritten über das Spielfeld. Geht ja richtig ab hier. Ihr Zug beginnt jetzt. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Glück gehabt. Ich dachte schon, das wäre eine Häuserrenovierungskarte. Aber stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja. Sie sind am Zug. Ah, freut mich. Ich glaube, ich brauche keine Häuser. Oh, die werden richtig hässlich, wenn du da einige Häuser hast. Ja, alles klar. Ja, er schmeißt drei und acht. Du lach, das schreit doch auf eine blaue Karte. Ach, jetzt auf einmal, ja? Es schreit. Jetzt auf einmal geht das, ja? Wie lautet Ihr Angebot? Schön, wie einfach die Verhandlungen jetzt auf einmal waren, wenn man mit dem Zugzwang ist. Ja, es geht. Ach, ach so. Wäre ich noch höher gegangen, hättest du eh abgelehnt. Das ist richtig, ja. Deswegen. Ihr Zug beginnt jetzt. Ellie, du bist so ruhig. Was ist los? Ey, ich habe nicht mal ein Haus. Ich habe nicht mal ein einziges Haus. Ja, vorhin hattest du ja eins. Musstest du ja was verkaufen. Ja. Das habe ich jetzt nicht mal eins. Aber jetzt kriegen wir jetzt wieder Geld. Sind aber immer noch nicht alle Straßen weg, ne? Jemand besitzt dieses Kurs. Ich hoffe, es ist bereits. Sie müssen Miete zahlen. Welche Straßen sind noch offen? Eine blaue ist, die dunkelblaue ist noch offen, die Parkstraße. Und eine rosa, ne? Oder die neue Straße. Genau. Dann müssten alle draußen sein. Dann sind alle draußen. Ja. Hm. Hm. Kannst du doch eh nichts bauen. Was überlegst du? Ne. Ich muss noch etwas gucken. Wohnt sich aber nicht. Viel Glück. Du hast es nicht gemacht. Das kann nicht wahr sein. Du hattest überlegt, ob du den Schloss Allee verkaufst. Richtig? Nee, ob ich eine Hypothek macht. Und auf die Grüne was setze. Ach so. Hätte sich aber nicht gelohnt. Ich weiß nicht, auf welch der drei grünen Fleisch Chris landet. Ja. Auf gar keiner. Das ist die andere Sache, ob du überhaupt drauf landest. Eben. Sehr gut. Das Risiko hast du immer. Dass du so gegen mich spielst, das hätte ich nicht. Ich wollte auch bei Johannes machen, aber bei Johannes war ich mir so unsicher, weil der sehr dicht an der ziemlich dicht war. Es war halt blöd, dass der dann Meintagsfeld. Ja. Es war halt Zufall, dass der eine Eins gewirrt. Ja, schau. Wow. Steuererklärung, zwei Stunden arbeiten, 24 zurückkrieg. Wow. Deswegen mag ich keine. Ja, komm, ich habe letztes Jahr einen Euro nachgezahlt. Okay, dann habe ich wahrscheinlich durch meinen langen Fahrtweg da habe ich es nicht mehr rausgekriegt. Ja, ich habe ja keinen Fahrtweg. Ja, ich habe halt keinen Firmenwagen, deswegen war ja alles privat dann. Ja, Waffe. Die nehme ich gerne. Ich glaube, ja, los. Ja. Das fällt los. Ich brauche die Pinker da hinten noch, das gibt es noch nicht. Nicht mal die Parkstraße hier unten. Ich fühle die auch noch. Na, super. Wir gewonnen, so zerwonnen. Werdeschön. Zumindest müssen sie kein Geld an die Gegner abgeben. Na ja, toll, aber gewonnen habe ich auch nichts dazu. Das ist richtig. Würfeln sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Vier plus vier. Ja, ich glaube, du kriegst jetzt, ich glaube, zehn. LOL. Geil. Oder vierzehn oder sowas. Dreißig ist ruhig, immerhin. Oh. Erst du mit einem Haus waren es zehn. Zug beginnt jetzt. Da habe ich einfach draufgehockt, dass halt irgendwas drauf ist, weil es billig war. Ich werde niemals damit gerechnet, dass ich deine Storte noch was einnehme. Das ist ja geil. Gerade zwölf gebe ich dir auch mal. Ich kriegst doch mal zwölf. Ja. Ja, klein vier macht auch ein Mist, also von dem her. Besser als 200. Wie viel brauche ich denn? Das war ein guter Wurf. Gönnt ihr. Ich gönn mir. Gönnt ihr euch beide? Ich schau mir das ganz entspannt an. Die orangenen Straßen haben sich schon so bezahlt gemacht inzwischen, das ist Wahnsinn. Sie sind dran. Ja, der Nachteil ist halt von mir. Wie aggressiv ist auf ihre Töne einschlägt. Ja, das Problem ist halt, Chris und ich sind halt direkt erst mal ins Gefängnis gewandert und du konntest halt laufen. Ja. Ja, wenn ihr hier direkt schon von Anfang an Steuerhinterziehung betreibt, kann ich schon nichts dafür. Ja, du bist erst mal hier Schlossallee, bevor du ins Gefängnis bist. Ja, und danach bin ich sofort ins Gefängnis. Ja, ja, ja. Äh, so. Dann. naja, Chris hat, äh, Johannes hat gewonnen. Noch nicht, so kann noch alles schief gehen. Was soll denn da noch schief gehen? Nichts. Exzellent. Genau, jetzt drehen wir mal richtig durch hier. Da. Ich könnte mir jetzt mal. Noch ein, ich noch ein zweites Hotel. Ne, so viel kennt, habe ich jetzt nicht mehr, um noch weiter raus anzubauen. Ich würde lachen, wenn du jetzt noch verlieren würdest. Ich würde dich so auslachen. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Verlieren könnte halt noch, wenn der wirklich die Karte kriegt mit den, ähm, Mit den Häuserrenovierungen, ja. Mit den Häuserrenovierungen. Das wird dann richtig teuer. Sieben. Sieben. Das ist meine Straße. Ah, genau, ein Feld vorne dran, da wäre die letzte, wo ich jetzt auch bin. Ja, ich habe überlegt, ob ich es mir dann schon holen, oder nicht. Wie kriegst du jetzt? Ach, oh Gott. Oh Gott. Och, hättest du nicht nur 6 würfeln können, das wäre schöner gewesen. Ich hätte eigentlich eine 8 würfeln müssen, hätte wieder handeln können. Aber du hast ja nichts zum Handeln, außer Schlossallee. Ja, und du hättest nichts als Gegenwert zum Anbieten. Ja. Außer du würdest eine ganze Farbgruppe weghauen. Ich habe doch eine Gefängnisfreikarte. Wow. Wow. Aber habe ich bisher nie wieder gebraucht, also von daher. Ja. Ja, gucken wir mal. 10. 10. Oh, ich mogel mich hier über das Spielfeld, über meine eigenen Grundstücke. Du hast ja auch auf jeder Seite nun. Ja, stimmt. 1 plus 3, 4. Gemeinschaftsfeld. Hast du aber Glück gehabt? Ja. Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Zweiter Preis im Schönheitswettbewerb. Zweiter Preis im Schönheitswettbewerb. Aber nur der zweite. Ja, nur der zweite, weil ich will nicht wissen, wer gewonnen hat. Was habe ich denn? 7. 7? Meine eigene, ha? Schlossallee, glaube ich. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir machen die gerade Speedrunner, dass man mogelt sich irgendwie über die Map gerade. Man mogelt sich irgendwie durch, drüben oder immer enden, um alles zu überspringen. Oh nein! Oh, was für ein Pech. Oh. Ah. Keine Gefängnisfreikarte mehr. Ja. Das ist aber schade. Macht nichts, solange ich drin bin, muss ich keine Miete zahlen. Stimmt auch jeder. Erstmal die eigene Karte. Dann mogelt sich sie über die Map. Hättest du nicht nur elf werfeln können? Nee, ich baue nicht. So viel Geld habe ich nicht. Das ist halt der Nachteil, wir haben halt die teuren Karten gekriegt. Oh ja, Chris kommt zu mir. Ich habe da Gefängnisfreikarte, alles gut. Trotzdem bist du ja erstmal rein. Ja, ich bin doch so überkennst du. Ja, ist klar, du bist jetzt wieder auf der gefährlichen Seite, bei meinen orangenen Straßen. Ich weiß schon. Ja genau, wir sehen mal, was die Zukunft bringt. Wahrscheinlich gerade irgendwo so eine Scheißkarte. Hier, natürlich. Ja. 450 für die beschissenste Straße macht sie im Spiel. Na, Elin, wie findest du Monopoly so? Schönes Spiel, oder? Mhm. Wenn ich jetzt neben ihr sitzen würde, würdest du mir jetzt voll eine von der Seite reinpflanzen, weiß ich genau. Ich habe ja niemals damit gerechnet, dass überhaupt mal eine draufkommt. Geschwag, ich dann gleich zweimal. Ich habe halt was drauf, habe halt was draufgestellt, weil es halt komplett war, das was da ist. Ich habe ja niemals erwartet, dass da wirklich einer draufkommt. Sie sind zu Hause. Hast du jetzt reingekauft, oder was? Ja, ja. Ja, bevor ich da jetzt 33 Mal versuche, da Pasch zu kriegen. Ich bleib mal lieber hier. Ich habe eh nicht so viel Geld zum Ausgeben. Da bleib ich hier. Oh, jetzt ist ja du erschmogelst. Sie sind dran. Wie haben sie das gemacht? Oh, der Bahnhof. Ich kink dich. Oh, der Bahnhof. kommt mit der letzte vierten Bahnhof, der muss sich teuer bezahlen. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Aus diesem Grund bleib ich im Gefängnis. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Wahrscheinlich eine vier oder so. Ja, das wäre es jetzt noch. Ne, eine fünf. Das hätte jetzt auch gefehlt, irgendwie so eine drei oder vier oder so. frei parken. Oh, geil. Mhm. Du hast jetzt alle Steuereinnahmen und Strafen, die wir zahlen mussten, bekommen. Yay. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich schon mal auf das scheiß Feld komme. Das kann richtig wahr sein. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, wer jetzt gewinnt. Ah, abwarten. Also, ich bin es nicht. Das kann ich mal ausbräunern. Jetzt würde es nicht, dass ich wüsste. Oh, jetzt gibt es voll Gas hier. Jetzt ist es sauer. So erbauen wir unser Vermächtnis. Jetzt hast du Blut geleckt, hä? Mhm. Los, würfeln Sie. Meine roten Straßen haben es sich doch überhaupt nicht gelohnt, da vorne. Das ist eine Elf. Ja. Danke. Ah ja, komm, die 48 kannst du da haben. Nimm mich gerne. Ähm, wie war das? So. Das man immer alles einzeln durchdrücken muss hier. Das ist doch Wahnsinn. Wo willst du hin? Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. Das brauchst du doch nur, weil du weißt, dass ich gleich aus dem Gefängnis rauskomme. Ja, natürlich. Ich habe ja Hoffnung, dass du drauf landest, ja. So, komm, volles Risiko. Es klappt oder es klappt nicht. Spielen wir. Das wird interessant jetzt. Fünf. Da hast du aber Glück gehabt, ne? Ich bleib eh noch drin. Das war ja mein drittes Mal erst. Ah, okay. Wie gesagt, das war jetzt nochmal besser. Ja. Sechs und, was ist das andere? Alles klar, informatische Karte gesteckt. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Auch mit der Gelb. Was ich mir noch da bauen soll, auf der Straße. Mit Gelb ist es jetzt schon gelohnt bisher. Mehr als mit Rot auf jeden Fall. Zumindest Rot hat sich Anfangs mehr gelohnt als Gelb. Mhm. Na, Dankeschön. Alter. Wenn du das Glück gehabt hast, würde ich da drauf bauen. Die Miete ist fällig. Ich habe eben noch überlegt, ob das nicht zu viel ist, was ich jetzt raushaue mit den Häusern. Das war glaube ich zu viel. Glück gehabt. Eigentlich, ich wollte erst da drauf bauen. Ich dachte, du wirst in die Mitte. Schade. Ich kann jetzt noch einmal würfeln. Oh, ein Pasch. Und wirst dein Geld gerade los. Ja. Komm, mach dich schnackig, Chris. 750. 750. Alter. Ich liebe Monopoly. Ist ein schönes Spiel. Alter. Mal gucken, wie lange wir doch dran spielen. Ja, das erste für eine Stunde. Da gibt es auch ein Angebot. Verhandeln willst du? Ich möchte gern verhandeln mit dir. Mhm. Genau, gib ihnen alle rote Karten. Mach doch eine Hypothek auf die Karten. Das ist einfacher. Nein. Gibt es denn nicht alle Karten? Ja, unten habe ich aber trotzdem auf alle Hypotheken drauf und nehme kein Geld ein. Ja, besser als den auch... Ja, wenn du sie mir verkaufst, dann verdienst du auch nichts damit. Also... Besser als den die rote Karte jetzt in die Arsch zu schieben und dann auch noch da drauf zu landen. 750 kriegst du, wenn du zwei rote Karten versetzt, kriegst du da eigentlich. Müsstest du. Ich habe bloß 110, also das sind knapp. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Tagen. Das waren 750. Ja. Und ich würde noch von den Gamers kaufen. Sie haben getan, was getan werden musste. Das ist... Damit sollten sie im Spiel bleiben. Ich war gerade kurz davor, Escape zu drücken. War ich aber auch vorhin schon ein paar Mal. Na, ihr Ragequiet oder was? Nee, 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 nee. Ja. So, jetzt hängt sich mein Spiel auf.